Herzlich willkommen zum nächsten Teil meines Retusche-Tutorials. Man kann sehen, ich bin mittlerweile auf Photoshop CS3 umgestiegen. Es ist immer noch nicht die neueste Version, aber kommt dem zugute, was wir dann demnächst machen werden. Nämlich kann ich jetzt Smart-Objekte benutzen. Die gab es in der CS2 noch nicht. Ist ganz von Vorteil. An den Befehlen hat sich jetzt einiges geändert. Das ist eher an die aktuellere Version angepasst, aber die Bearbeitung geht ganz normal weiter. So, ich werde heute mit der Haut anfangen. Das heißt, da zoomt man erstmal ein. Ja, ungefähr auf so eine Zoom-Stufe. Das reicht erstmal, um es zu beurteilen. Man kann sehen, es sind einige wenige kleine Unreinheiten da. Hier gibt es eigentlich gar nicht so viel zu machen. Ich werde aber trotzdem mal die ganzen Techniken demonstrieren. Das Erste, was ich mache, ist, dass ich mir eine neue Gruppe anlege. Die nenne ich Haut. Und in die Gruppe eine neue Ebene. Die nenne ich Healing. Und das rührt daher, weil die Werkzeuge, die ich jetzt gleich auf dieser Ebene verwenden werde, im englischen Healing Brush heißen. Nämlich Reparaturpinsel auf Deutsch. Ja, ich fange einfach gleich mal an mit dem Reparaturpinsel. Wieder weiche Kante. Und dann kann man anfangen, hier aufzunehmen. Und die Haut zu bearbeiten. Richtigerweise arbeitet man da in noch höheren Zoom-Stufen. Also vielleicht ungefähr so. Und sehr gründlich. Dann kann man nochmal anfangen. Ich werde es jetzt hier kurz demonstrieren. und dann einen Zeitsprung machen, weil da kann man schon eine Stunde durchaus dran sitzen. Bei der Haut jetzt nicht so lang, aber sonst kann man da schon sehr lange sitzen. Und je mehr und je sauberer man hier arbeitet, desto einfacher wird es nachher. Was man auch verwenden kann, mache ich auch ganz gerne, muss ich sagen, wenn ich ein bisschen fauler bin, ist der Bereichsreparaturpinsel. Der sucht sich seine Quelle selber. Das heißt, ich muss nicht vorher mit der Alt-Taste die Quelle markieren, sondern kann hier einfach einen Punkt anklicken und der wird dann bearbeitet. Vielleicht kann man es hier an der Nase ein bisschen zeigen. Hier zum Beispiel. Man sieht schon, der funktioniert nicht so gut, weil er sich eben die Textur aus den umliegenden Feldern holt und das ist nicht immer optimal. Also werde ich hier wieder auf den Reparaturpinsel gehen und es damit machen. So. Hier kann man noch was machen. So. Das war es jetzt erstmal schon für die Ebene. Jetzt arbeite ich halt hier so gründlich wie möglich weiter. Durchaus mal 20 Minuten jetzt für diese Haut und werde mich dann nachher wieder zeigen, wie es danach aussieht. Man wird kaum einen Unterschied bemerken, weil hier wirklich kaum was zu machen ist, aber es geht um die Technik. So. Ich habe jetzt ungefähr 10 Minuten an dem Bild gearbeitet. War also nicht so gründlich, wie ich eigentlich wäre. Man kann es aber doch schon ganz gut sehen. Also insbesondere hier im Bereich der Nase kann man es recht gut sehen. So sah es vorher aus. So sieht es jetzt aus. Also gut sieht man es hier in dem Bereich und man sieht es auch hier gut. Vorher. Nachher. So. Das wäre also mal der Ausgangspunkt für die Hautretusche und was als nächstes kommt, ist Dodge & Burn. Das ist eigentlich die Methode, die für die Hautretusche am wichtigsten ist und da gibt es wahnsinnig viele Versionen davon. Ich werde jetzt mal meine kurz demonstrieren. Das Erste, was ich mache, ist, ich lege mir eine neue Gruppe an. Die nenne ich Dodge & Burn. D&B 1. 1 deshalb, weil ich es nachher nochmal machen werde. Da kommen jetzt zwei Gradationskurven rein. Eine Gradationskurve, mit der ich die Töne etwas heller mache. So. Die nenne ich Hell. Nein, das sollte nicht kommen. Das habe ich daneben geklickt. Hell. Dann dupliziere ich mir die mit STRG J. Dann wird es noch heller, aber das will ich nicht. Ich will es dunkler haben. Ich stelle die hier so ungefähr. Ja, so reicht eigentlich. Nach unten. Die bleibt auch nicht Hellkopie, sondern die wird dunkel. So, dann kehre ich die Ebenenmasken jeweils um ins Schwarze, sodass die Ebene undurchlässig ist. Die Maske undurchlässig ist. STRG I. STRG I. So, jetzt sieht das Bild wieder aus wie vorher. Damit ich jetzt erkenne, an welchen Stellen ich arbeiten muss, werde ich mir hier einen Kanalmixer anlegen. Den stelle ich auf Monochrom. Und dem werde ich jetzt den Blaukanal ganz stark betonen. Hier minus 50%. Minus 50%. Sind insgesamt 100% negativ. Also brauchen wir hier 200%. Und dann sieht man den Blaukanal wunderbar. Der Blaukanal hat jetzt den Vorteil, dass ich sehen kann, da die Haut sehr wenig blau enthält, ist die Haut relativ dunkel dargestellt. Und es ist relativ kontrastreich zu sehen, an welchen Stellen gearbeitet werden muss und an welchen nicht. Die Methode, die Dodge & Burn eigentlich ist, ist das Angleichen an die hellen Bereiche, an die dunklen Bereiche. Und man kann jetzt hier schon sehen, wenn man hier die Falten mal betrachtet oder um den Mund, das sind alles dunkle Stellen. Also Falten sind nichts anderes als dunkle und helle Stellen. Und wenn ich die beseitigen will oder abmildern will, helle ich einfach die dunklen Stellen auf und dunkle die hellen Stellen ab. So, das kann ich jetzt hier gleich mal anfangen. Kann man hier relativ gut sehen. Hier dieser Bereich, der müsste aufgehellt werden. Dieser Bereich müsste abgedunkelt werden. Das zeige ich jetzt mal ganz kurz. Ich nehme den Pinsel, weiße Vordergrundfarbe, geringe Deckkraft und male auf die Maske. Fange an, diesen Bereich hier einfach weiß abzumalen. So, noch ein bisschen mehr. Man muss hier aufpassen, dass man gründlich arbeitet, sonst sieht die Haut nachher fleckiger aus als vorher. Sofort ein bisschen Übung, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran, finde ich. Jetzt kann man hier schon mal schauen. Ich kann es schon mal kurz zeigen. Vorher, nachher. Das ist jetzt schon, man sieht schon, hier ist schon so ein kleiner Rand entstanden. Den will ich jetzt natürlich nicht. Kann ich wieder beseitigen, indem ich mit Schwarz da wieder drüber male. Am besten noch mit einem kleineren Pinsel. Dann wird dieser Rand hier wieder verschwinden. So. Hier war auch noch ein bisschen was. Hier. Es geht eben darum, die Stellen möglichst gleichmäßig auszuarbeiten. Ich werde es jetzt machen, mache wieder einen kleinen Zeitsprung und wenn ich fertig bin, zeige ich das. So, das war jetzt ungefähr eine halbe Stunde Dodge & Burn. Man kann schon sehen, der Vorher-Nachher-Effekt ist schon relativ deutlich sichtbar. Das ist normalerweise etwas, wo man also wesentlich länger sitzen würde. Zwei bis drei Stunden mit dieser Technik werden teilweise sämtliche Hautretuschen gemacht. Also da sitzt man dann einen Tag dran. Nur damit ist jetzt aber hier A nicht nötig und B will ich noch die anderen Techniken zeigen. Die würden dann nicht mehr so effektvoll sein, wenn man vorher schon alles mit Dodge & Burn erledigt hätte. Ich zeige jetzt nochmal im Detail, was ich gemacht habe. Also hier am Kinn kann man es relativ gut sehen. Hier. Das ist nachher. Das war vorher. Man sieht also diese ganze Falte hier ist viel deutlicher. Man darf sie aber auch nicht ganz verschwinden lassen, weil das ja doch das ist, was dem Gesicht die Kontur gibt. Deswegen habe ich noch ein Teil übrig gelassen. Ich hatte es zwischenzeitlich schon ganz entfernt. Das sah aber seltsam aus. Was man auch sehen kann, ich habe die Lider hier etwas aufgehellt. Das ist deswegen eine Vorbereitung für die Technik, die ich nachher mache, um die Falten etwas zu beseitigen. Und man kann es auch hier ganz gut an der Stirn sehen. Wie es vorher aussah. Hier, die Stellen sind etwas dunkler. Hier auch. Das habe ich der restlichen Stirn angeglichen oder soweit es geht angeglichen. So, das war es eigentlich schon. Der Kanalmixer kann weg. Das kann man dann praktisch ohne den Kanalmixer ansehen. So, und man sieht schon, das ganze Gesicht ist wesentlich ebenmäßiger. Noch mal vorher, nachher. Vorher und nachher. So, das war es. Ich werde die restliche Hautbearbeitung dann in ein extra Video packen. Danke fürs Zuhören. Michael